Frank Stäbler, ein Sportler, topfit, austrainiert, kaum krank. Auch als er vor über zwölf Monaten positiv auf Covid-19 getestet wurde, hatte er nur leichte Symptome. Fühlte sich nach einer Woche wieder fit. Bevor es für ihn zurück ins Training geht, wird er untersucht. Dann folgt bei einem Leistungstest in Heidelberg der Schock. Wo ich angefangen habe, mich zu belasten, versucht habe, mich zu belasten. Dann habe ich gesagt, kam immer der Mann mit dem Hammer, wo er von hinten eins übergezogen hat. Die ganzen Bronchen haben gebrannt, ich konnte nicht mehr tief einatmen, ich hatte ein starkes Stechen in der Brust und es hat sich lange Zeit gezogen. Genau gesagt, drei Monate lang. Die Ärzte bezweifelten damals, dass der dreimalige Weltmeister im griechisch-römischen Stil jemals wieder 100 Prozent erreicht. Erst durch einen eher ungewöhnlichen Weg findet er zu seinem Leistungsniveau zurück. Ich habe damals überlegt, was kann ich machen, und bin auf einen alten Freund gekommen, Yassin Seiwasser, wo Atemtrainer ist und habe dann mit Atmungstraining begonnen und habe jeden Tag zu meinem normalen Training eineinhalb Stunden mich mit diesem Training befasst und das hat mir extrem geholfen. Natürlich gesteht Stäbler jedem seine eigene Meinung zu. Spitzensportler, die sich aber nur nicht impfen lassen wollen, weil sie die Nebenwirkungen der Impfung befürchten, kann er nicht verstehen. Weil ich der Meinung bin, dass jeder Topathlet auch eine Vorbildfunktion hat. Und natürlich ist es kontraproduktiv, weil man die Tage danach in ein Loch fallen kann oder vielleicht sogar mal zwei, drei Wochen durch die Seile hängt. Aber man muss das Große und Ganze sehen, wen man damit schützt. Man schützt seine Liebsten, man schützt sein Umfeld. Frank Stäbler hat sich nach langem Covid-Kampf auf die Matte zurückgekämpft. Doch dieser Kampf war und ist einer der wenigen in seinem Sportlerleben, den er sich sicher gerne erspart hätte. Frank Stäbler